Wir sind genauso blöd. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. So, haben wir alle gegangen? Auch, da können wir noch zwei... Komm schon weiter, außen sind die besten Plätze. Ich bin der Star Wars, bis morgen! Was ist eigentlich mit euch? Ich habe Damen gesagt. Seid ihr keine Damen? Applaus für diese Damen da! Auf geht's! Ihr auch? Weil du weißt ja, die Päupersi, außen und außen lang. Wo ist denn da? Ja, die wollen sagen... Die warten, bis du in einer Busse gibst. Die warten dann bestimmt auch. Aber wenn... Hannes! Die Bettler reinigen in einer halben Minuten Streis. Das ist ja verschockt. So! Wir machen Musik, meine Damen. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Hallo! Also, Gabi! Ey, die fahren meine Hand, dann geht das nicht. Ja! 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 Na, 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 na. Wenn wir vier... Na, 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 na. Neden? Wir wollen sagen… Wer war meiner beiden, während das Feuer noch alt… hier war. Naja! Da Kwik! Anja! Ja, hier war eigentlich schon weg kıwe… H Gas. H Gas. Der Rasier-Sticker aus der Kabapie. So, ihr Damen, jetzt geht's mit der neue Frisur und der neue Strip. So, ihr habt es ja gesehen, wir haben 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 es ja gesehen, wir sind jetzt nicht wieder gemacht. So, bitte Füße aus der Mama. So, na ja, das, so. Das war's. Das war's. Häh! 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 Wo runter gehst, da es nur wieder hart, da noch hübschen aus, wenn es so krass ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.